hallo und damit herzlich willkommen zur nächsten folge bei patricia 2 wenn wir mal ein bisschen weiter unserem business richtung eldermann nachgehen jetzt haben wir schon zwei aufträge für die hanse noch mal erledigt seit wir jetzt eldermann sind oder waren es drei und ich glaube sogar drei werden einen piraten noch mal direkt gejagt damit haben wir schon mal einiges wieder erledigt hier für die hanse zusätzlich noch mal ein bisschen eisenerz nehmen von der stadt und dann müssen wir dringend jetzt langsam mal richtung heimat erstmal wieder segeln natürlich machen könnten wir könnten vorher auf dem weg noch mal nach edinburg segeln oder besser als scarborough und noch mal ein bisschen was mitnehmen wo der landesfürst was will er denn haben 50 mal bier eisenwaren holz und pech und getreide verspende ich lieber mal wieder ein kleines bisschen an die stadt so haben wir auch wieder einigermaßen gute geschäfte gemacht sehr gut heißen waren können wir wieder mitnehmen jetzt können wir mal gucken müssen wir uns dann können wir natürlich erstmal wieder reparieren er hat wie gesagt in der schlacht und den piratenhafen dann schon was abbekommen bin ich aber witzig dass die piratenhäfen hier ursprüngliche standorte von städten sind gerade an wer vielleicht patrice 4 schon gespielt hat ihn dürfte newcastle und harlem auch was sagen das ist tatsächlich ziemlich cool normalerweise müssten wir dann hier und vielleicht auch noch goetheburg bekommen so eine stadt dürfte auf jeden fall hier fehlen nämlich die stadt wo wir reichshafen angesiedelt haben das original nämlich tatsächlich auch eine stadt da haben wir dann also wie gesagt einen kleinen kleinen unterschied macht mich jetzt aber nicht wie die stadt die ursprünglich hieß ich glaube ich ein einziges mal oder so zu gesicht bekommen in der partie ursprünglich die stadt tatsächlich war so dann auf nach reichshafen denn wir müssen dringend reparieren so müssen wir das eisenerz erstmal wieder näher wobei wir haben sogar noch ein bisschen eisenerz aber gar nicht so dringend gebraucht so dann reparieren wir erstmal schiff reparatur 18 tage naja ich meine gut ja der konvoi hat ordentlich was abbekommen so die bernstein ist wieder fertig die bernstein können wir dann damit in den ruhestand schicken wenn wir mal eins machen der kirchenschatz ist nämlich schon komplett weg spenden wir gleich mal wieder ein bisschen geld damit der kirchenschatz wieder vollständig ist und mal wieder beten ich will doch was für die stadt zufriedenheit tun so tja ich habe mich immer noch für unsere statu stehen sollen und ich bin mir nicht sicher ob das hier ursprünglich schon so war da habe ich nie darauf geachtet muss ich ehrlich gestehen aber woanders sehe ich jetzt hier ehrlich gesagt keine statu salz fehlt müssen wir mal dringend wieder salz organisieren und generell mal gucken irgendwas ausbauen können so brunnen gibt es immer noch genug ok hafenkanone könnte man auch noch bauen dann haben wir die stadt komplett ausgebaut quasi genau sind alle gebäude ausgebaut baumaterial haben wir damit auch gleich wieder ein bisschen verbraucht was wir mal machen müssen müssen wir mal gucken was es hier erwischt hat eins, zwei, zwei Kanonen hat es erwischt und vier brauchen wir nochmal, also sechs Kanonen bräuchten wir nochmal sobald der Konvoi wieder fertiggestellt ist, dann unsere Verwaffnung wieder wechseln Bart haben wir uns auch erstmal gegönnt wie wir sehen, wir machen ganz schön Minus im Hintergrund geht ganz schön Geld runter so, dann ist unser Konvoi aber wieder einsatzbereit jetzt müssen wir bloß gucken müssen wir hier noch ein bisschen was umpacken müssen wir dann die Waffen wechseln kleinen Werke runter und die Kanonen drauf so, Besatzung denke ich sollte das erreichen da werden wir jetzt erstmal nicht nachfüllen so, dann müssen wir mal gucken was haben wir jetzt noch so für Aufträge wir gucken uns an der Hanse direkt mal um so, wir sind immer noch Platz eins überall so, dann gucken wir mal Aufgaben im Norden zu gründen eine neue Handelsniederlassung schon wieder ein Piratenverstück ja gut, das scheint jetzt immer so die Standardaufträge zu sein wie mir scheint so, dann würde ich mal sagen wir nehmen den Auftrag mal an und stürzen uns dann quasi in die letzte große Aufgabe die wir hier noch in Angriff nehmen werden ich denke mal wie gesagt die anderen Handels oder die anderen Aufträge sind denke ich nicht ganz so interessant jetzt einen Landweg erschließen oder eine Stadt aufbauen um da die Versorgungslage zu verbessern Auftrag annehmen ab Dank, dass ihr diese wichtige Aufnahme übernommen habt die neue Stadt soll den Namen Starvenger tragen die Hafenanlage ist bereits errichtet worden bringt Baumaterial nach Starvenger und beginnt mit dem Bau der Markthalle damit ihr Waren für weitere Baumaßnahmen deponieren könnt eure Aufgabe ist es bis zum 1. November 1318 mindestens 1000 Einwohner anzusiedeln und eine Stadtmauer zu errichten dann werden wir mal gucken ob wir das hinkriegen dann werden wir mal gucken ob wir das hinkriegen so, da müssen wir auf jeden Fall Ziegel mitnehmen die brauchen auf jeden Fall noch Ziegel so, Holz werden wir noch mal ein bisschen abladen ich denke mal so viel werden wir da nicht brauchen nehmen wir lieber noch mal ein paar Ziegel mit so, da müssen wir mal gucken Starvenger ist hier oben ach du Gott wir können ja schon mal gucken was die produzieren Getreide, Holz und Salz immerhin wenig Produktion aber immerhin überhaupt eine Produktion so Bürgermeister sind wir wir müssen mal gucken ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie das vonstatten ging es kann durchaus sein dass wir das Bürgermeisteramt in Reichshafen aufgeben müssen sobald ja ein Starvenger dementsprechend genügend aufgebaut haben bin ich mir nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher ist eine Weile her seit ich das letzte Mal hier so eine Aufgabe erfüllt habe so, dann gucken wir mal die Marktteile brauchen wir als erstes die kostet nur 4000 das ist schon mal gut brauchen auf jeden Fall mehr Ziegel wie wir sehen so Eisenwaren und jede Menge Ziegel brauchen wir auf jeden Fall 80 Tonnen Ziegel was wir mal machen können so wir können auf jeden Fall schon mal ein paar Sachen hier abladen gerade die Baumaterialien und dann holen wir uns nämlich aus Oslo gleich noch mal wobei wir müssen in Reichshafen noch mal Eisenwaren holen machen wir uns mal auf den Weg das Gute an der Sache ist wir können auf jeden Fall genügend genügend Waren erstmal hinschaffen und wir können halt Salz Holz und was war es noch Getreide können wir hier halt auch anbauen das heißt wir werden wahrscheinlich in Riga unsere Produktionen einstellen was Salz angeht und stattdessen die wir hier oben bauen Betriebe brauchen wir ja sowieso so jetzt brauchen wir nochmal dringend Ziegel müssen wir also aus Oslo nochmal dringend Ziegel organisieren so gucken wir mal ja hier haben wir mehr als genügend Ziegel hier haben wir zum Glück jede Menge Ziegel so schaffen wir die Ziegel schon mal rüber und dann bauen wir schon mal das Rathaus bei 13.000 ja wir bauen unseren Konto ruhig auch gleich mal auf wird halt alles eine ganze Weile down so jetzt brauchen wir wieder Ziegel so Holz haben wir noch Eisenwaren haben wir auf jeden Fall genug gedüngt nochmal ich sag ja mal gut dass wir die Produktion schon so weit angekurbelt hatten so Holz nehmen wir euch auch nochmal mit aber ihr seht das schon es macht halt ganz schön was aus und wir machen jetzt eine ganze Reihe Minus dadurch dass wir jetzt momentan bloß die Stadt versorgen so dann bauen wir mal gleich die Infrastruktur auf so damit haben wir zumindest schon mal die städtischen Gebäude so dann müssen wir mal überlegen tja wir brauchen halt 1000 Einwohner das ist nicht gerade wenig so dann gucken wir mal werden wir hier auf jeden Fall die Produktion mal einstellen so hier werden wir mal verkaufen so generell mal gucken Holz haben wir halt hier auch jede Menge ich würde mal sagen wir werden hier generell mal unsere Produktion einstellen das rentiert sich hier glaube ich aktuell nicht mehr wir haben auch mal unsere gesamte Produktion einstellen wir müssen mal gucken wir hatten irgendwo auch noch einen Standort wo wir Pech herstellen konnten schon mal kurz gucken wo das war irgendwo hatten wir hier auch noch mal Pech war es in Oslo ah ja in Oslo dann sparen wir uns das nämlich hier produzieren wir nämlich auch effektiv Holz das macht also in Oslo sogar mehr Sinn so wie gesagt dann werden wir uns hier komplett von allem trennen Pechkocher werden wir dann auch versteigern machen wir eine kleine Umpositionierung hat halt auch den Vorteil wir machen oder wir sparen erstmal wieder ein bisschen Produktionskosten so müssen wir nämlich überall mal gucken wo wir nochmal Gebäude einstellen können die nicht mehr effektiv genug sind so gut würde ich mir fast sagen wir werden hier erstmal direkt anfangen und äh bauen die ersten Gebäude erstmal was gut ist da wir momentan die ersten sind die jetzt hier anfangen zu bauen wenn wir im Prinzip auch so ein bisschen entscheiden wo wir die ersten Wohngebäude positionieren wenn das also ein bisschen anständiger bauen na komm schon machen wir erstmal Großbauauftrag quasi so jetzt bauen wir wieder Ziegel so Holz haben wir noch genug Ziegel brauchen wir wieder können wir mal gucken was die äh wie lange das dauert um gebaut zu werden hier gibt es anscheinend gar keine Bauanzelgen 31 Tage naja es war vielleicht eine schlechte Idee äh den Konto als erstes in Auftrag zu geben war vielleicht keine so gute Idee hätten wir vielleicht doch erstmal die Infrastruktur generell bauen sollen so dann machen wir uns mal wieder nach Oslo so Oslo werden wir auf jeden Fall mal gucken hier hatten wir auf jeden Fall auch Eisenwaren beziehungsweise Eisenerz so rum so jetzt gucken wir erstmal dass wir unsere Eisenwaren so wieder verteilen müssen mal wieder ein bisschen Geld machen das ist halt das heftige äh ne so schnell ist die oder ist der der Piratenschatz wieder weg ne wir hatten 2,4 oder 2,5 Millionen jetzt sind wir schon fast bei 1,8 wieder runter haben wir so ganz schön drauf gezahlt in letzter Zeit Nächste Abrechnung na es geht halt massiv fast runter aber das Gute an der Sache ist wieder durch die reduzierten ähm Lohnkosten in ähm Riga werden wir wahrscheinlich wieder ein klein bisschen runter kommen was angeht so guck mal rein theoretisch auch mal ein bisschen mehr verkaufen gehen wir mal bis 800 runter wir sehen ja unsere Fellpreise sind relativ niedrig ne so dann laden wir mal das Eisenerz ab Eisenwaren laden wir wieder auf Fälle laden wir wieder auf so Ziegel braucht man vor allen Dingen mhm wir müssen halt staunen wir haben relativ viel Holz hier vor Orten wir haben tatsächlich relativ viel Holz momentan wollen wir mal wieder nach Scarbanger äh Problem ist wir müssten die Stadt generell schon versorgen wir sehen halt schon hier fehlt halt momentan alles mir fehlt halt momentan leider komplett alles so Giebelhäuser müssen wir mal gucken Giebelhäuser fangen wir mal hier an so dann gucken wir mal schon mal ist natürlich jetzt ein bisschen ungünstig dass wir hier als erstes alles bauen müssen so jetzt fehlen wieder Ziegel so meine Freunde ich würde sagen wir machen wir eine kleine Pause das war's für diese Folge ihr seht das schon wir müssen die gesamte Stadt erstmal komplett hochziehen wir haben also jede Menge vor uns was wir in der nächsten Folge erledigen müssen wenn euch diese Folge wieder gefallen hat wieder fleißig das Däumchen drücken freut sich sowohl mich als auch das Däumchen wenn es gedrückt wird ihr kennt das Spiel und dann sehen wir uns schon bald in der nächsten Folge hier bei Patricia 2 bis dahin immer eine Handbreite Wasser unterm Kiel und ciao ciao voll ist Untertitelung des ZDF, 2020